In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du einen Retarder bei einem Mercedes-Benz Actros Baumuster 963 erneuerst. Ein Retarder ist eine zusätzliche Bremse. Der Retarder ist am Getriebe angeflanscht. Er ist dazu da, die normalen Bremsen zu entlasten. Du kannst ihn separat zur normalen Bremse mit einem Hebel am Lenkrad 5-stufig dazuschalten. Der Retarder kann es sogar schaffen, den LKW zum Stillstand zu bringen. Dies funktioniert jedoch nur mit einem deutlich verlängerten Bremsweg. Bist du aber ein vorausschauender Fahrer, kannst du den LKW ohne die normale Betriebsbremse steuern. Retarder gibt es in verschiedenen Varianten. Der Retarder, den du hier siehst, wird hergestellt von der Firma Feuth und trägt die Handelsbezeichnung Aquatader. Diesen Namen trägt er, weil er der erste sekundär Wasserretarder der Welt ist. Der Retarder hat einige Vorteile. Er braucht zum Beispiel kein Öl mehr, denn er benötigt als Betriebsmedium nur das Kühlwasser. Außerdem ist er 35 kg leichter und benötigt 50% weniger Bauraum. Trotzdem schafft er die gleiche Bremskraft wie das alte Modell. Kommen wir nun dazu, welches Problem der Retarder in diesem Fall hat und warum du ihn erneuern musst. Hier siehst du Kühlwasser. Das bedeutet, dass der Retarder undicht ist und erneuert werden muss. Hier kannst du nochmal sehen, wie der alte Retarder eingebaut ist. Bevor du überhaupt anfängst, den Retarder auszubauen, musst du an der kleinen Schraube unten am Retarderrohr das Kühlwasser ablassen. Nun musst du am Retardersteuergerät den Stecker von dem Kabel entriegeln und trennen. Dann musst du die Luftleitung herausschrauben. Als nächstes trennst du die Rohr- und die Schlauchschellen der Retarderschläuche bzw. Retarderrohr oben und unten und schiebst die Schläuche und die Schelle nach vorne. Von unten musst du noch den mit zwei Schrauben befestigten Halter zwischen Rahmen und Retarder abschrauben. Nun siehst du den Retarder von oben. Hier musst du zuerst die Kabelbinder, die das dünne Kabel fixieren, entfernen. Nun machst du die Kühlwasserleitung ab. Dabei musst du beachten, dass du die kleine Metallklammer nicht verlierst, mit der die Leitung verriegelt wird, da diese Klammer schnell wegspringen kann. Wenn das passiert ist, muss die ganze Leitung erneuert werden. Jetzt machst du den Stecker des Kabels ab. Wenn dies erledigt ist, schraubst du die beiden Luftleitungen am Steuergerät heraus. Danach kannst du das mit vier Schrauben befestigte Steuergerät vom Retarder abbauen. Nun ist auch der Retarder zum Ausbauen bereit. Du musst nur noch eine Ölauffangwanne unter die Trennstelle zwischen Retarder und Getriebe stellen, da beim Herausziehen des Retarders ca. 4 Liter Getriebeöl aus dem Getriebe auslaufen. Wenn die Ölwanne gut steht, kannst du die vier Befestigungsschrauben des Retarders herausschrauben und den Retarder vom Getriebe trennen. Der Ausbau ist somit abgeschlossen. Nun musst du nachschauen, ob die Schraube, die den Rotor des Retarders zentriert, noch da ist. In diesem Fall ist die Schraube noch an ihrem Platz. In vielen Fällen reißt die Schraube jedoch ab. Wenn das passiert ist, musst du den gesamten Kühlmittelkreislauf absuchen. Das machst du, bis du die Schraube gefunden hast. In 90% der Fällen findest du sie im Wasserpumpengehäuse. Wenn nicht, liegt sie nach meiner Erfahrung entweder im Kühler- oder im Retarderrohr. Wenn du feststellst, dass mit der Schraube alles in Ordnung ist, kannst du dich den Neuteilen widmen. Da wäre zunächst das Steuergerät, bei dem du den Steuergerätedeckel erneuern musst. Der Grund, weshalb du den Deckel erneuern musst, ist die Änderung des einen Entlüftungsventils, damit du das dünne Teckelanrohr darauf befestigen kannst. Hier siehst du nochmal die Kerbe, um die Teckelanentlüftungsleitung zu befestigen. Die größte Erneuerung beim neuen Retarder sind die zwei sehr starken Magnetschrauben am unteren Retarderrohr. Diese verhindern, dass die kleine Schraube im Kühlsystem weitergespült wird, falls sie doch mal abreißen sollte. Jetzt kannst du damit beginnen, den neuen Retarder einzubauen. Der eigentliche Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Wenn du den Retarder fertig eingebaut hast, musst du ihn in der Datenkarte im Daimler-Programm WDoc aktualisieren lassen. Dies machen die Kollegen im Teiledienst. Du musst nur das Typenschild unten am Retarder fotografieren und damit zum Teiledienst gehen. Hier siehst du das Typenschild des Retarders. Nun musst du mit der Mercedes-Benz Star-Diagnose das Fahrzeug auslesen und ein Update im Retarder-Steuergerät durchführen. Danach musst du erst noch das Getriebeöl auffüllen. Wenn das erledigt ist, kannst du anfangen, den Kühlmittelkreislauf wieder zu befüllen. Sobald der Kühlmittelausgleichsbehälter überläuft, musst du mit der Star-Diagnose die Befüllung des Kühlmittelkreislaufs einleiten. Dabei fährt das Fahrzeug verschiedene Drehzahlen an, um das Kühlsystem komplett zu entlüften. Danach ist alles erledigt. Du musst das Fahrzeug nur noch Probe fahren und danach nachschauen, ob alles dicht ist. Hier siehst du noch zwei Bilder des fertig eingebauten Retarders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017